Vorwärts, vorwärts, schmettern die hellen Verfahren. Vorwärts, vorwärts, juckern kann keine Gefahren. Deutschland, du wirst leuchten stehen, mögen wir auch untergehen. Vorwärts, vorwärts, schmettern die hellen Verfahren. Vorwärts, vorwärts, juckern kann keine Gefahren. Ist das Ziel auch noch so hoch? Jugend zwingt es doch. Unsere Fahne flattert uns voran. In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann. Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not. Mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot. Unsere Fahne flattert uns voran. Unsere Fahne ist die neue Zeit. Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod. Die Schule war schon das Ideal. Dann gab es noch Leichtathletik und Wehrsport. Es ist sehr viel auf die körperliche Leistungsfähigkeit wertgelegt worden. Und da haben wir natürlich Schießen gelernt und so weiter. Wir hatten ein Ideal. Napola, das ist eine Abkürzung für nationalpolitische Erziehungsanstalt. Und da waren 60 Buben in einem Schlafsaal. Wir wurden gefordert, was jungen Menschen gut tut. Wir waren ja uniformiert wie Soldaten. Es war alles in Uniform. Hemdwee Hoffmann natürlich. Hemdwee Hoffmann. Die Schule war ein ungeschriebenes Gesetz, das Recht hatte. Das ist alles lange her. 60 Jahre her. Die Schule war ein ungeschriebenes Gesetz, das Recht hatte.